Als Trainingsübung mit der Step 1 Sohle im Live-Bild können wir jetzt die letzte Abdruckphase üben. Das heißt Schritt mit rechts nach vorn bitte Astrid. Und möglichst viel Druck auf den Vorfuß links bringen. Und nochmal. Und Abdruck zeigt. Astrid kann auch direkt überprüfen ob sie die Übung korrekt macht und für mich als Therapeut ist es ein super Feedback mit objektiven Daten.